Du wünschst dir ein wirklich gutes Bauchgefühl, im richtigen Moment die richtigen Entscheidungen treffen, jetzt in diesem Video. Ja, herzlich willkommen zu einem weiteren Videoclip, auch ein herzliches Willkommen an die neuen Abonnenten. Ich freue mich über jeden Abonnenten, wirklich. So, heutiges Thema, achso, ja, ich sollte mich vielleicht noch vorstellen, mein Name ist Karin und auf meinem Kanal geht es um heilsames Malen für sensible Menschen. Ja, das heutige Thema ist ja Intuition, Bauchgefühl. Ja, ich werde ja immer wieder gefragt, ja, wie komme ich denn jetzt zu einem guten Bauchgefühl? Und beziehungsweise, ich wäre eher gefragt, kann man sich denn wirklich auf das Bauchgefühl verlassen? Ja gut, die Entscheidung oder die Antwort findest du natürlich nur in dir. Ich treffe wichtige Entscheidungen tatsächlich nur aus der Mitte, aus dem Bauch heraus. Und auch ich übe das immer wieder und das machen wir heute in Aquarell, figürlich und ich würde sagen, legen wir los, du brauchst nicht viel. Ein bisschen Papier, Aquarellfarben und es geht los. Ja, also du siehst hier so ganz, ich habe natürlich hier noch Tusche mit dazu, ne, also du siehst hier meinen ganz normalen Arbeitsplatz, Arbeitsplatz mit Tusche, Aquarellfarben, Aquarellstifte und ich arbeite hier mit einem ganz breiten oder großen Pinsel. Für die, die mich noch nicht kennen, meine Videos laufen immer ziemlich ähnlich ab. Das heißt, zuerst erzähle ich ein bisschen was über das Material und dann erzähle ich etwas, während ich male, während ich mir selbst beim Malen zugucke, erzähle ich was zum Thema. Und heutiges Thema ist ja Intuition. Ja, das Problem ist eben, wenn du jetzt nur über den Verstand deine Entscheidungen triffst, der Verstand ist getrübt, ja, der Verstand ist getrübt durch die Medien, die Medien schüren Ängste, der Verstand ist getrübt durch deine Erfahrungen. Das heißt, wenn du jetzt eine wichtige Entscheidung treffen möchtest, dann ist der Verstand einfach nicht klar oder er ist einfach getrübt. Aber wenn du versuchst, also es heißt jetzt nicht, dass der Verstand nur blöd ist und wir sollen den nicht benutzen, nein, das meine ich natürlich nicht. Aber du kannst ja beide, guck auch mal oder fühl mal rein, was das Herz so spricht, ja. Das Herz hat einen direkten Draht zum Göttlichen, zum Spirituellen, wie du es auch nennen magst, ja. Und es ist ungetrübt, es ist einfach, da ist ein direkter Kontakt. Und übers Malen, also die göttliche Instanz oder die göttlichen, die lieben Kunst und Kreativität. Und somit hast du immer irgendwie einen Kontakt zum Göttlichen. So, jetzt wäre ich gleich mal unterbrochen. Ich selber unterbreche mich mal selbst. Wenn du mehr über Hochsensibilität und heilsames Malen erfahren möchtest, habe ich dir hier einen Link bzw. eine Playliste vorbereitet mit wirklich spannenden Videos zu dem Thema. Ja, ich gebe es zu, jetzt bin ich selber erschrocken von dem Geräusch, was ich da eingebaut habe, na, so damit. Okay, aber jetzt nochmal zurück zum Herz und zum Verstand. Und das Weitere, nur weil ich jetzt eine Entscheidung mit dem Herz treffe, ja, also eine reine Bauchentscheidung, oder heißt es nicht, dass diese Entscheidung, dass da alles klappt, dass das alles gut läuft, ne, mit Sicherheit nicht. Das ist Quatsch. Es ist eher so, wenn ich, oder die Erfahrungen, die ich gemacht habe, oder meine Mandantinnen, dass eine Entscheidung aus dem Bauch oder eine Herz-Bauchentscheidung, eine intuitive Entscheidung, oft einfach mit, erstens mal, es ist eine Entscheidung, die man auch duppen kann, ne, Das heißt, die Göttliche oder das Göttliche legt mir nichts auf die Schultern, was ich nicht auch schaffe. Und oftmals ist es auch verbunden mit einem, mit spirituellem Wachstum, ja. Währenddessen, wenn ich jetzt den Verstand oder nur den Verstand einbeziehe, dann sage ich, okay, gut, dann nehme ich jetzt den Job, da verdiene ich vielleicht ein bisschen mehr, aber vielleicht kommt da was anderes eben zu kurz. Meine Empfehlung, ganz klar, also ihr seht gerade, da lockere ich mich gerade auf, muss jetzt gleich selber lachen, aber ich lasse es jetzt drin, ich tue es jetzt nicht rausschnippeln, weil es ist einfach so, es gehört mit zum Thema, zur Intuition mit dazu, ja, das Auflockern, ja, okay. Jetzt bin ich tatsächlich aus dem Konzeptkummer, ja, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich verzeihen wollte. Es ist auch schon zu später Stunde, nein, die Intuition, genau. Die Intuition, ganz klar, mit kreativen Methoden, Tanzen, Schütteln, wie ich gerade eben jetzt, verbessere, oder kommst du so an die inneren oder, ja, an deine inneren Schwingungen. Ja, so vielleicht kann man es am ehesten erklären. Und die Intuition, das Bauchgefühl ist wie ein Muskel, ja, jetzt schon wieder, ist wie ein Muskel, den du trainieren kannst, gell, also das heißt, regelmäßig malen, regelmäßig schütteln, ne, und dann wird das auch was. Also so, komm mal her, komm mal auf. Okay. Bei wichtigen Entscheidungen, ja, dann kann es auch sein, dass ich ein bisschen mehr mal, ja, dass ich einen guten Draht zu meinem Innersten bekomme. Wenn dir das Video bis jetzt gefallen hat, freue ich mich natürlich über ein Daumen hoch. Das lässt es leichter finden für andere Interessenten. Und wenn du kein weiteres Video verpassen möchtest, dann abonniere gerne meinen Kanal. Ja, und dann eine weitere Empfehlung, Musik hören, Auszeiten sich gönnen, den Bauch auch ruhig mal fragen, was er zum bestimmten Thema meint. Also, ich frage immer alle meine Organe, alles in mir, frage immer, ne, wenn ich, oder auch Verstorbene, kann es auch sein, dass ich da mal frage, Mensch, was meint ihr, wie soll ich mich entscheiden, ist es der richtige Weg, bin ich noch auf dem richtigen Weg. Aber im Endeffekt ist es so, dass wir alle Übende sind, Punkt. Aber man kann sich das Üben ja auch verhübschen und verschönern. Mit Tanz und Ärmchen ausschütteln. Ich wünsche euch was. Gute Zeit. Bis bald. Pfiatzeig. Ja, ich wünsche dir jetzt viel Spaß bei deiner eigenen persönlichen Umsetzung von heilsamen Malen. Wenn du mehr über mich und meine Arbeit erfahren möchtest, dann besuche mich gerne auf meiner Website. Die Verlinkung ist unten in der Beschreibung. Und informiere dich über eine mögliche Zusammenarbeit, über meine Seminare und über die Workshops. Untertitelung des ZDF, 2020